BAM! Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute mal wieder ein kleines Deathmatch am Start. Wir sind hier zu viert, keine Ahnung wer das ist. Aber ja, Panzerung erstmal gekauft und let's go! Vorher hatte ich eigentlich schon ein kleines Rennen aufgenommen, das war aber ziemlich langweilig. War eine Custom Map, aber jo, lieber Deathmatch. Ist irgendwie geiler, finde ich. Haben wir noch andere Waffen? Ne, haben wir nicht. Schade. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ziemlich schnell Waffen bekommen. Gibt's hier oben was? Jawohl. Oh. Da schießt schon jemand. Ja, okay. Mikroampil. What? Wo sind die? Oh fuck, das war so dumm. Nee! Als Op! Oh lol! Wie mies war das? 奏! Das andere Sagueteht! LOL! Läuft auf jeden Fall! Oh, ne Ja, komm, genau Alter So, egal, Waffe So, bam Okay Jetzt müssen wir aufpassen, wo ist die nächste Waffe, weiter oben, what Okay, Leben habe ich auf jeden Fall noch genug Oh, da oben ist eine mega geile Waffe Aber ich glaube, die werde ich nicht bekommen Egal, erstmal, ja, Medipack bringt gar nichts, okay Na gut, dann ist der halt der stärkste Spieler Ist mir jetzt auch egal Ah lol, der ist einfach nur eine Mikro-MP Wo ist der? Hä? Lol Bam Weiter geht's Hä? Ich checke gerade echt nicht, wo die alles hingehen Hä? Ne, ich bin hier jetzt gerade echt ein bisschen planlos Muss ich einfach mal so sagen Wow Lol 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 So weit als saudum Oh, da oben ist einer Lol Nein 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 Ah, scheiße Na, jetzt muss ich echt mal langsam aufpassen Wo? Ist das gerade so ernst? Ist das gerade so ernst? Boah, ne? Boah, ne Ganz ehrlich, ne Komm Get down Get down Ja, endlich ey Gibt's ja mal gar nicht Wie lang hat er überlebt? So jetzt mal auf jeden Fall neue Muni Oh, ich glaube ich sollte mich langsam mal verpiepen Ja, Junge, du Klaus mir Ja, gut Gönn dir Scheißegal Hab ich halt kein Medipack Äh, Schutzweste So, Medipack Perfekt Ja, knallt der jetzt alle ab, oder wie? So, wo ist der? Ja, wo ist der? Hä, ich check's nicht Oh lol Bam Ja, Leute Das war's jetzt erstmal mit der ersten Runde Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der zweiten Runde Bis gleich So, Leute Da sind wir jetzt wieder Und Es geht jetzt einfach mal weiter Okay Alle sind bereit Und es geht los Es sind immer noch die gleichen Teams Von daher bin ich jetzt mal gespannt Ob ich diesmal vielleicht ein kleines bisschen besser bin Wird man sehen Wir haben immer noch nur eine Pistole Schade Dann gönnt ich mir erstmal einen Sniper Ganz ehrlich Sniper sind einfach geil Da kann niemand was dagegen sagen Äh, Zehn Schuss, okay Ja, jetzt müssten wir halt echt wissen, wo die sind Klein wenig suboptimal Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo ein roter Punkt Ah, da hinten Lol Okay, okay, okay Lol, hat der den jetzt erledigt? Ja Jawohl Hier gibt's auch noch irgendwas Ah, Monocke, äh, die Dinger Die Cocktail-Dinger Oh, shit Oh, shit, oh shit Na, wo kommst du? What? Was für Assis Was für Assis, alter Jo, als ob Ey, das war jetzt echt scheiße Hallo, da ist die Ruffer Was war das jetzt? Schrottflindel, nice So, das nächste ist da hinten irgendwo Headshot Bams Oh, da ist wieder einer Lol, ich will doch die andere Waffe Amina Bam So Alter Alter What the fuck Ich hole mir jetzt aber erstmal neue Muni für Sniper Da hinten ziehe ich doch schon wieder einen Wow What the fuck war das? Nice Unser Teammate ist mega gut Ja gut, aber da ist halt schon Level 100 irgendwas 150 oder so Und von daher darf er das Der darf gut sein Bam Lol, ich bin so gut wie down Medipack, Medipack Auf geht's Okay, Granaten, auch nice Scheiße, wieso bin ich so gut wie down Oh Alter Ein bisschen Glück gehört halt auch dazu Komm Get down Ach man, ey Näh Ja, egal Das Leben geht weiter Auf geht Granate Okay, die bringt dran gar nichts Jo Lol Lol Von wo knallen die schon wieder? Da hinten Ich hab sie gesehen Ich weiß, dass ich leichter zu kriegen bin Nice Nice, nice, nice Und der gehört auch mir Oh ne, der gehört mal wieder mir Besser gesagt Bam Verrick Oh Lol Wir sind hier jetzt irgendwo bei den in the base, so wie ich das jetzt gerade sehe Alter Ja gut, der Ding kriegt Nice Ne, aber ganz ehrlich, das Deathmatch gefällt mir irgendwie Oh Mein Kill, komm Komm Alter Alter Wie kann das sein, dass der nicht verreckt? Ja, als ob Der kommt ja von der Seite Okay, Sniper Wenn nichts hilft, dann Sniper Okay Okay Ah shit, ich hätte ihm auf den Kopf ziehen sollen Bam Junge Ja Ey, die Runde, Leute Jawohl Nice Okay, wir haben das gewonnen Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen Und falls ja, lasst bitte eine Bewertung da Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge, die bald kommt Und ja Haut rein, Leute Ciao Ciao